Achtung, Achtung! Jetzt wird's wieder heiß und fertig! Ja, Freunde der Sonne, heute um 18 Uhr startet der Silvester-Stream. Ich würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Heute mal mit Facecam sogar. Ihr seht mich hier, hallo. Die hacken ein ganz kleines bisschen hinterher, glaube ich. Von daher ist der Thron nicht ganz synchron. Ich hoffe, das kriege ich bis dahin noch hin. Noch ist es hell draußen, aber gleich, wenn der Stream startet um 18 Uhr, ist es dunkel natürlich. Dementsprechend seht ihr dann das Fenster nicht mehr. Ich gucke mal, ob ich das mache. Ob ich dann auch hier das Licht ausmache. Das weiß ich noch nicht, aber das werden wir sehen. Ich würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut, wenn ihr nichts vorhabt natürlich. Wenn ihr jetzt mit Freunden unterwegs seid oder was weiß ich. Dann natürlich nicht. Ihr seht, es wird GTA 5 gespielt heute. Das sieht man ja schon am Hintergrund. Ich habe mir extra auch ein Overlay dafür besorgt. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen? 18 Uhr, einschalten nicht vergessen. Falls ihr heute nicht dabei sein könnt, könnt ihr natürlich trotzdem folgen. Unten in der Videobeschreibung ist der Link für Twitch. Von daher würde ich mich freuen, wenn ihr da vorbeischaut. Bis nachher. Ciao!